Vor 20 Jahren erhielten wir einen ersten Einblick in die Welt der Zauberei. Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Und wir waren alle verzaubert. Ich will auch ein Zauberer sein. Es ist eine Welt, die das Gewöhnliche verzaubert. Unsere Sinne verhext. Und unsere Vorstellungskraft entfesselt. Wir dürfen Großes von Ihnen erwarten. Sie gibt uns die Chance, Zeit mit alten Freunden zu verbringen. Und völlig neue kennenzulernen. Ob als Buch, auf der Bühne oder auf der Leinwand. Es ist alles Teil einer Welt, die unsere eigene inspiriert hat. Sämtliche großen Zauberer der Geschichte waren am Anfang nichts anderes als das, was wir heute sind. Und wenn wir es schaffen konnten, können wir das auch. Und neue Abenteuer kündigen sich bereits an. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Was heute noch unvorstellbar erscheint, wird morgen schon unausweichlich sein. Sollten Sie tun, worum ich Sie bitte, müssen Sie mir vertrauen. Selbst wenn jeder Instinkt sich widersetzt.